Was ist passiert? Also, Boteras Ruf, hier jemanden töten, nein, ähm, tja, wo müssen wir denn dazu hin, jetzt schauen wir doch mal, um diese Sache mit dem Stab zu klären, ähm, ich sehe keinen Indikator auf der Karte für das Quest, aber das war ja irgendwo Richtung, Richtung Winterfeste, das sagt nur das Questlock, steht da irgendwas? Um uns bitter, er behauptet, um und habe ihm das fragliche Amulett verkauft, mhm, irgendwas gegen einen Stab, finde den Stab für Enti, ach so, ja, ich muss ja den Stab schon finden, tja, hilft alles nicht, so wie es aussieht, ne, ähm, auch für das finde den Stab habe ich keinen Indikator auf der Karte, doch, hier, was rede ich denn, jetzt sehe ich es erst, Joch, dann gehen wir doch mal hier zu dem Falkenring Wachturm, da reisen wir jetzt einfach mal schnell hin und machen wir das mal, ja, doch, so ein bisschen quer durch die Gegend, Questen, ich habe mal, ich habe mal Tante Google befragt, nach so zwei, drei Questreihen, die es noch gibt, na, was, was noch schön ist zu machen, weil, naja, es ist halt leider so, dass wir die ganzen Hauptquestreihen jetzt durch haben, also, zumindest alle, die ich, äh, gewillt bin, zu machen, wie gesagt, diese Dunkelbruderschaft-Geschichte mag ich nicht machen mit Samir, das passt nicht, ähm, ansonsten sind wir halt so wirklich irgendwie, naja, leider ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, oh, so, es wird Zeit, zu langsamen Abschied zu nehmen von Skyrim, durchsuchen Truhe, aber wir machen jetzt sicherlich noch, äh, die ein oder andere Mini-Questreihe auf jeden Fall, so, den nehme ich mit, und den bringe ich dann noch direkt weg, hier könnte ich natürlich mal schlafen gehen, Dimensionsbrücken, kenne ich schon, Buch der Daedra interessiert mich nicht, doch, kenne ich noch nicht, Beschwörung verbessert, und, äh, unseren lieben Beno nervt's natürlich, dass ich mich fortbilde, so, und jetzt hier, ne, zap, 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 auf nach Winterfeste, und da bringen wir den Stab mal weg, ach, ja, die Waffen, die von der Dämmerwacht verwendet werden, erzeugen extra Schaden, wenn sie Vampire angreifen, ich habe schon ewig keinen Vampir mehr gesehen, könnte man vielleicht auch mal was, äh, mal wieder was tun, so, oh, jetzt stehen wir direkt hier, ich glaube aber, dass wir zurück ins Dorf müssen, wenn ich das richtig hinter, ne, nicht mal, muss ich in die, muss ich in die Akademie, ich weiß gar nicht, ich glaube fast, ne, so, ja, tatsächlich, ich habe gedacht, ich müsste, was ist denn los? ich habe hier auf jeden Fall mehr gelernt, als ich je erwartet hätte, hm, also gut, super, gehen wir nochmal rein, in die Hall of Attainment, und, schauen mal, irgendwo muss er ja sein, unser Kollege, ich habe einen roten Punkt auf der Karte, weit weg, aber ich habe ihn, seht ihr das da, oben rechts im, im Kompass, da ist irgendwo, jemand, der mich nicht leiden kann, und so, es beruht meistens auf Gegenseitigkeit, muss man so zu sagen, hey, ich suche immer alle möglichen Waren, bringt mir, was auch immer ihr nun findet, und ich sehe, was ich tun kann, tja, hier ist euer Stab, gebt mir jetzt bitte das Amulett, es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen, immer wieder, so, was gibt ihr mir dafür, die, nehme ich auf jeden Fall mit, diese 20, Dietrich ist ein absoluter No-Brainer, so, rechtes Auge, der Fallmeer, naja komm, das verkauf ich ihm auch mal, die Klinge nach, behalte ich mal, die behalte ich, den Diamant, den kann er haben, er hat nicht mehr viel Geld, einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen, ja, einen verkauf ich ihm, so, wieder ein bisschen Geld gemacht, wenn auch nur geringe Mengen, ja, wenn ich sie sehe, kann ich hier einfach runterspringen, ja, es geht, und die Flaschen dabei abräumen, perfekt eigentlich, so, und, hey, 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 da müssen wir ja hier, hier seht das, ne, oh, es, ja, was willst du denn tun von mir hier, ein älterer Drache, erscheint in der, mitten in der Akademie quasi, und ich mache erst mal Drachenfall an, würde ich sagen, so, und so, und so, und so, und so, und ihr wisst schon, und sobald er wieder bereit ist, habe ich den nächsten Drachenfall natürlich raus, da kommt der nächste, Beno schlägt sich auch gegen den älteren Drachen ganz gut, glaube ich, ich kann jetzt ihn gerade nicht anvisieren, ich wüsste gerne, wie viel Leben er noch hat, so, und jetzt natürlich, schade, haben wir keinen kritischen Treffer bekommen, trotzdem, haben wir den Drachen erledigt, schade, also, ich, soweit ich weiß, gibt es auch keine andere Sequenz, wenn man ihn mit einem, mit einem besonderen Schuss hinrichtet, das hätte man bestimmt schon öfter mal gesehen, wäre auch sowas, was bestimmt cool wäre, ja, hier, Schussargo, interessiert sich nicht für Drachen, doch, von da oben, ach, Schussargo, so, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, sieht schick aus, nehmen wir mit, ist das ein Dolch, wenn das ein Dolch ist, dann würde es sich tatsächlich lohnen, den, den zu benutzen, zu meucheln, ne, das 23 Schaden, ja, naja, gut, das sieht aber auch eher aus wie ein Schwert, ne, und nicht wie ein Dolch, das sieht aus wie eine Zweihandwaffe, und nennt sich Elfenmesser, haben wir noch Fragen, ist hier nicht wahr, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wenn sich Messer, ist aber eigentlich, äh, kein Messer, so, 23 ist für eine Zweihandwaffe, dann aber auch eher wenig, jetzt möchte ich mal direkt mal nachgucken, wenn ich ehrlich bin, ähm, Beno hat einen Dietrich, was soll denn das, ähm, was habe ich denn so, äh, halt ne, eigentlich wollte ich bei Beno in die Waffen gucken, ja, 27 ist jetzt schon ein bisschen mehr, äh, ja, hier, hier steht die Klasse dabei, hier steht die Klasse dabei, wenn ich mit dem Ding tausche, das ist ja cool, ähm, war mir, war mir das nicht so gewahr, so, die leeren Seelensteine, die gebe ich mal an Beno weiter, derweil, ähm, ich glaube auch da kann dann noch was rein, ne, die kann man noch weiter aufladen, habe ich das Gefühl immer, so, so ein Mysterium, das ich mich noch nicht angenommen habe, weil es mich nicht interessiert, ich habe so viele Seelensteine, und haben ja am Anfang, habe ich mich ja voll, ja, ne, hier nass gemacht, von wegen, auch Seelensteine und, äh, der Zauber, und hast du nicht gesehen, aber inzwischen, ne, naja, sind wir ja auch Erzmagier, was tust denn du da, wenn ich fragen darf, schau her, ist meine Akademie, ich habe hier auf jeden Fall mehr gelernt, als ich je erwartet hätte, ja, geht mir genauso, ähm, hier ist dein Amulett, ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde, ich danke euch, es ist gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann, ja, ne, finde ich auch, so, jetzt haben wir also dieses Amulett, Quest hier gemacht, was total aufwendig war, und, jo, verschiedenes, was gibt es denn hier noch, äh, puh, gibt es noch so viel Zeug, besuche das Museum von Dämmerstern, da wollte man ja eh mal hin, ne, hm, ich mache die jetzt einfach mal alle an, und dann kann ich ja auf der Karte immer gucken, ob irgendwas in der Nähe ist, dass wir das alles irgendwann mal erledigen, so, alles wird es, wie gesagt, sicher nicht werden, aber prinzipiell möchte ich schon allen eine Chance einräumen, äh, wo ist der Ausgang, meine Nase geht schon wieder zu, ich hasse diesen Heuschnupfen, das ist, wenn ich viel rede, dann, ne, ihr hört es ja dann oft, dann geht mir die Nase einfach zu, weil ich einfach, ja, es liegt irgendwie am Atmen beim Reden, das ist, dann wird der Heuschnupfen richtig schlimm, Gute Güte, schau dir mal den Kompass an, ähm, und ja, ist leicht nervig, aber so ist es halt, ein, äh, Hinweis für Brandscheiß-Vergangenheit, will ich jetzt gerade nicht, hier haben wir noch jede Menge zu tun, ähm, dritter kaiserlichen Armee bei, Männer, das habe ich mir auch überlegt, also, wir könnten die Sturmmantel-Questreihe eigentlich mal machen, noch so, bevor wir da, gar nichts tun, eigentlich überlege ich mir gerade nach Dämmerstern zu gehen, wollten wir auch mal hin, düsterklinge suchen wir auch noch, ach du, gute Güte, also es sind eigentlich schon noch ein paar Sachen zu machen, hm, das Quest hier mit dem Wetttrinken, das habe ich mir sagen lassen, ist ultra cool, das werden wir auch noch machen, was haben wir denn hier, Energiequelle, ein Aufstieg der Alten, komm, das machen wir jetzt einfach mal, in der Ecke, sind wir am Anfang ja so versagt, mit den ganzen Hexenraben und so, da gehe ich jetzt einfach mal hin, und dann schauen wir mal, so, und, ich glaube, ich gehe zu Fuß, gehe ich, und das müsste dann, hier bergauf sein, höchstwahrscheinlich, und ich weiß gar nicht, ob man den Drachen, der uns den Helden angegriffen hat, ne, also vor fast 300 Folgen, war das ja, ähm, ob wir den schon besiegt haben, ob er den speziell irgendwie besiegen kann, bin mir gar nicht sicher, könnte ich mir jetzt gar nicht erinnern, das ist jetzt gerade nur, weil ich hier bin, so eine Idee, so ein Gedanke, und ich laufe halt genau in die falsche Richtung eigentlich, aber vermutlich, kann ich da vorne dann wieder abbiegen, und ja, ich laufe zu Fuß, ich habe jetzt keine Lust zu reiten, aber alles in allem, wäre das ja schon ein cooles Quest-Element, das ich auch sicherlich nicht vergessen hätte, wenn man einfach den Drachen irgendwann mal begegnet, und ich frage mich, warum das nicht so ist, das wäre ja, game design-technisch, eine interessante Sache, naja, na vielleicht ist es irgendwo in einem Nebensatz mal fein gelassen worden, dass dieses der und der Drache war, fände ich auch komisch, dass ich mich da nicht dran erinnern kann, also ich bin der Meinung, dass es, sowas nie gehört zu haben, und das wundert mich doch wirklich sehr, Fuchs oder Wolf, ich habe keine Ahnung, so, und ich laufe aber entsprechend drauf zu, und ich bleibe an diesem Kieselstein hier hängen, so, und hier geht es mal wieder nicht weiter, warum auch immer, was ist denn das, da liegen irgendwelche Steine, so, na da guck her, wenn das mal nicht vielleicht doch der Drache ist, ne, das wäre ja sehr logisch, wenn das der Drache von Helgen wäre, nur um es mal gesagt zu haben, Alter, seht ihr, wie viel ich dem abziehe mit einem Schuss, nur mal, um es mal gesagt zu haben, na, ich meine, klar, das war ein kritischer, aber, mach es erst mal nach, Drache, nicht erwischt, leider, aber das könnte dann fast schon dein Untergang sein, Kollege, wenn du noch für zwei Schuss da bleibst, tut er nicht, er mag sich nicht einfach so erschießen lassen, ich weiß gar nicht, warum, dass die Drachen sich da immer so haben, was sowas angeht, und da haben wir eben den kritischen Treffer, meinen Drachen besiegt, mit einem Bogen, was halt, eher langweilig ist, wenn wir ehrlich sind, ne, so, ich kletter da jetzt mal runter, dass man hier von Klettern reden kann, ich springe ja eher, so, und da haben wir hier, ihn hier entdeckt, äh, erledigt, würde ich sagen, und, ich kriege keine Seele, oder was, Eisenstreitakt, na, super, ah, jetzt geht's los, wahrscheinlich geht es erst los, wenn ich nah genug dran bin, am, am Drachen, sieht ja ganz hübsch aus hier, muss man mal sagen, nehmen wir erst mal unsere Drachenseele auf, jetzt haben wir ja jetzt direkt hintereinander schon wieder zwei Drachen erledigt, ne, was so vor 300 Folgen auch nicht denkbar gewesen wäre, oder vor 250, so, haben wir unsere Seele, und, jetzt gehen wir erst mal da rein, schauen in die Truhe, heißes Blut, ist auch eine Zweihandwaffe, so wie es aussieht, die lasse ich einfach mal liegen, so, und jetzt hier, ne, brauchen wir auch, Watermacht gelernt, Tier, Tierfreundschaft, sehr schön, können wir direkt mal gucken und lernen, bin ich der Meinung, das ist also eine Energiequelle, ja, sowas, so, Entwaffnen, Waffe, hey, muss ich, muss ich, muss ich echt mal Sachen lernen, ich habe hier noch Sachen, die ich noch lernen kann, die haben noch Drachenseelen übrig, das kann ja wohl nicht sein, mit einem Schrei, der wilde Tiere zur Hilfe ruft, die herbeieilen, um mir im Kopf zu helfen, habe ich das richtig gelesen, ist ja, Schnicke, das ist das Problem, die Zeit meine Sache미チen, in dercoinischen Europä, Vielen Dank.